das der Schatten da rumflimmert er sieht mega cool aus Guck mal, wie ich hier irgendwas wichtiges finde. So, das ist so ein Verstecken. Kann sein, dass hier irgendwas runterschleimt. Ach, bei dem einen Terminal waren wir ja gar nicht dran, ne? Scheiße. Danke, ich höre doch gerade gar nicht. Da kann ich ja nichts für. Gäste. Ich rate euch niemals Gäste einzuladen. Sch! Ist da Stuhl? Schnauze! Aber ich liebe dich. Ist mir doch egal! Höhöhöh. Auf zu roffeln. Kann ich hier drinnen in Ruhe... Wo irgendwas schnell mit dem Faktaien hier nicht, alter. Kann ich in Ruhe auf das Terminal zugreifen? Falls es überhaupt ein Terminal ist, ich hab keine Ahnung. Ach, hier drin ist gar nichts. Ja gut, das ist natürlich noch besser. So, wo haben wir das Mischstück? Das ist da hinten irgendwo rum. Du kommst dir nicht raus. Ist da Stuhl? Ich wollte sagen, wo ist der Stuhl, ne? Oh, ist der Stuhl. Vorher. Okay, Mrs. Stuhl. Du willst mir helfen? Du liebst mich? Dann geh du voraus. Nein, ich will dich. Dann kann ich mir verlassen. Geh nicht raus, Papier! Schnauze. Also ich komm wesentlich schneller vorwärts als sonst. Ich frage mich, wie lange es gedauert hat. Und dieses Alien rein gedanklich zu entwickeln. Also sprich vom Aussehen her und sowas. Wie viele Vorzeichnungen und sowas sie davon gemacht haben. Ich komm jetzt mal aus den Skizzen davon gemacht haben. Und sowas. Oh, beeil dich, du scheiß Teil! Ah, okay. Ah! Dann... Dann... Boom. Ach, warte mal. Hier war ich, glaube ich, schon, oder? Stimmt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Und bin dann gestorben. Warum auch immer ich gestorben bin in dem Moment. Entkommen sie. Ja, wie denn? So, ich glaube, ich kann ruhig stehen. Da ist Feuer. Das Feuer sollte ich nicht laufen. Hey, sie! Ich bin im Mittel Schrott. Hey damit. Okay, das Ding zeigt mir jetzt. Ich soll nach da hinten gehen. Was soll ich denn... Hier die Leiter blinkt. Klettern. Ah! Was soll ich denn schaffen? Das Beste ist, dem Alien entgegenzugehen und mit da rein in die Tunde System. Das ist das Beste, was man machen kann. Was? Ich sehe gar nichts. Und spring! Ha! Ha! Komm schon! Komm schon, altes Mädchen! Komm schon! Jetzt sehe ich nichts mehr. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn aus. Sö, sö, sö. Hier finde ich es nett. So ruhig. Ich will nach Hause. Oh, ich kann nicht nach unten kommen. Oh, was auch mieser, wenn du bei so einem dunklen Schacht guckst in die eine Ecke, sie ist nicht drissend in die andere Ecke und sonst schüttert das Alien. Okay. Okay. Aber anscheinend kann man noch überall wieder zurückgehen. In der Falle. Seaks and Syntetics. Ach du Scheiße. Da sind wahrscheinlich die ganzen Synthetik-Leute drin. Kicken wir mal, ne, Pavoll? Das war ein Jahr. Also ich habe jetzt schon mehr geschafft als sonst in den 15 Minuten. Die Ladeschnecke. Die Ladeschnecke. Die Ladeschnecke. Die Ladeschnecke. Jetzt neu ins SummerSales. Die Ladeschnecke. Ach ja, was soll ich denn zu sagen? Zu so einer Ladeschnecke. Kann ich auch nicht viel sagen. Kann ich nicht. Kann ich doch. Was wird heruntergefahren? Finden Sie einen alternativen Fahrstuhl? Gefunden! Bitte! Scheiße. Oh, das Elgin ist hier wieder drin. Super, das Ding funktioniert neu. Das ist mein Schott. Hier fühlt sich das Elgin bestimmt wohl. So, hier. Mit Pistole oder irgendwas. Keine Ahnung. Scheiße, die Batterien sind schwach. Wieso gehen solchen Spinnen die Batterien immer so schnell leer? Das ist nicht dein Ernst, Alter. Alter. Wo gehe ich hin? Das ist genau die Ecke, wo ich rausgegangen bin. Was ist denn das für eine Zeit da oben? 1540, 1550. Hier geht's nicht hin. Hier geht's auch nicht hin. Hier geht's nicht lang. Wenn ich so jetzt nicht im Kreis gerade bin, geht doch gar nicht. Schnauze. Da fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Okay. 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 Das ist so scheiße. Ich hab mir eine Fackel in der Hand. Das sind Menschen. Scheiße, die Fackel aufzuleuchten. Das ist die Station. Kann ich da gerade ran, ohne dass es Probleme gibt? Ja, bitte. Okay. Hier sehen wir, ist der Revolver. Okay. Okay, 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 okay. Geh mal hier rein. Na super. Jetzt bräuchte ich meine Fackel wieder. Okay. Ich verarschne, hier geht's lang. Ich kann Sachen, die wir uns da irgendwo lang gehen. Okay. 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 Und da hinten haben wir einen, so das aussieht. Vielen Dank.